Hier noch ein 2€ Stück. Das sind ja alles meistens alle, weißt du logisch oder? Einzelne 2€. Ja, 6€ hab ich noch. So. Der kann es ja bloß jemand sein. Guck. Gehen wir gleich aus der Messung. 2, 8€. Lass uns so durchschauen. Dann zoomen. Roste, das weiß ich nicht. Roste. Jetzt weiß ich da, warum ich die Ball habe. Die gebrochene Nase hat die optimal, äh. Voll die gebrochene Nase. Und die nicht gebrochen ist, oder? Ja. Sieht man? Ja. Siehst du? Ja. Warte. Zoom. Jetzt, äh. Die gebrochene Nase. Ja. Ich weiß nicht, dass ich hierher ausfahre. Du musst mal zum Arzt, du meine Güte. Oben hat es auch was abgebricht. Vollöl hat er, ey. Das ist oben, da, guck. Kratzer drinnen, ey.